Das Geheim des Ayrans. Wir nehmen Joghurt. Ein halbes Liter Wasser. Und wir füllen auch Bissen wieder. Jetzt habe ich etwas mehr heute. Da wird der Ayran etwas dicker Korn. Schmeckt nicht schlecht, doch so leicht selbst wäre es. Oh Leute. Etwas Salz. Mein Queren. So, noch eine Prise Salz. Hatte ich gerade geschmeckt. Schnäppchen kochen. Ich sage es nicht umsonst. 0,2 Liter beim Kürchen 1 Euro. Bier. Ich weiß nicht, was kürzt du denn? Joghurt. 1,50. Ein Euro. Da kann man sich selber seine Ayran machen. Und ohne Zufügung. Ohne Kacke. Nur pures Ayran. So wie es sein soll. Weite Gesundheit. Lecker. Muss ich wieder mehr trinken dieses Jahr. So. 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 So.